Heute spielen wir mal mit einem Scapp. Haben wir auch eine Waffe, in der Hoffnung, dass ich mit ihm ja so rausbekomme, was ich ihm dann hier geben kann. Na, warum mit dem Messer? Das ist schon echt heftig. Ah ja, gut, okay. Dann würde ich mal sagen, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Drück mal die Daumen, dass wir hier heute was rausholen. Das war's. 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 Geräusche Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Türe mit Kamera, Bürofenstern. Okay. Immer das läuft. Alla. 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 so ist mit unserem messerchen messer jockel ist wieder unterwegs war medizinisch das ist doch hier oder nicht nie rausgekommen warum auch immer was da eintreten die tür auf hier verdammt da 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 Ruhig Brawner, ganz ruhig. Was war das noch? Klar. BANG! ACH! 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 Oh la la. Ich kann nicht schießen, warum? Nein, warum kann ich nicht schießen? So. Ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich habe mich auf den Weg gebracht. da ist er kann man hier unterspringen ach wenn man das weiß ja man Oh ja Mensch, Junge, oh ja Was? Hier ist noch zu viel Verkehr, ne? Um die Waffe zu holen. 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 Ach, keine Munition. Die Waffe zu holen. Die Waffe zu holen. Ich komme. Das war's für heute. Das war der Wettbewerb. 1 auf Zucker! Schloch! Nein, 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 das Ding hat nur einen Schuss gehört. Das Ding hat nur einen Schuss gehört.